Hallo zu einem neuen technischen Video. Ich hatte euch schon mal ein Antriebssystem vorgestellt, was sehr, sehr pflegeneutral und kaum Verschleiß hat. Hier geht es jetzt nochmal um die Steigerung und das könnt ihr euch genau jetzt hier anschauen. Es geht um den Stromer ST3 Pinion. Ich hatte euch in dem Video hier oben, da oben ist es, blende ich euch ein, schon mal verschiedene Stromerräder vorgestellt, ST5, ST2 mit Riemen. Jetzt kommt die Steigerung, jetzt kommt nämlich das ST3 Pinion. Also wir haben einen Heckmotor, Kraft ganz hinten. Wir haben einen Riemen, kein Kettenverschleiß und wir haben ein Pinion Getriebe. Das ist ein Getriebe, was vorne im Tretlager sitzt und somit haben wir alle Antriebskräfte, alle Verschleißteile eigentlich auf das Minimalste minimiert, was da überhaupt möglich ist und die Details, die zeige ich euch jetzt mal hier. Das Stromerrad an sich, das stelle ich jetzt nicht im Detail vor. Wir gucken da mal auf verschiedene Sachen drauf, aber wie gesagt, hier sind Videos verlinkt, da könnt ihr euch das Rad nochmal in verschiedenen Ausführungen anschauen. Mit viel Kraft, das ST5 mit extremer Power, 900er Akku und noch mehr. Bei dem ST3 soll es hier speziell um das Pinion gehen. Warum? Grundsätzlich ist bei einem E-Bike gerade mit Mittelmotoren das Antriebssystem das Verschleißstärkste, was es so gibt. Also alles, was ihr in diesem gesamten Antriebsstrang von Motor über Kette auf die Kassette habt, wird halt auf Dauer kaputt gehen, wird verschleißen, kostet Geld. Wie kann man das umgehen? Die erste Stufe ist, die Kraft von vorne vom Motor nach hinten zu verlagern. Das geht mit dem Heckmotor. Dann sitzt nämlich die Kraft, die das ganze Rad ja befeuert, wirklich ganz am Ende von eurem Antriebsstrang. Und wir haben hier schon mal diesen Verschleißfaktor um ein Vielfaches reduziert. Heckmotoren, muss man jetzt auch sagen, gibt es nicht mehr so viele. Das sind relativ wenig Hersteller, die da noch am Markt sind. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Pinion und dem Riemen. Also die Pendler unter euch oder die, die sehr auf die Technik achten, die kennen auch schon den Riemenantrieb seit vielen, vielen Jahren. Das ist das Gates Carbon Drive oder Gates Riemen oder wie auch immer man das dann nennt. Belt Drive kommt da manchmal auch vor. Und mit dem kann ich jetzt zum Beispiel bei einem Mittelmotor schon mal diesen Verschleißfaktor-Kette deutlich minimieren. Bei so einem Riemen, naja, in der Regel irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Kilometer. Je nach Motor, je nach Einsatz, je nach Fahrer. Aber ich sage immer so, um die 15.000 Kilometer ist an sich gar kein Problem. Wenn wir jetzt noch die Schaltung, also den Schaltkäfig und so Sachen hier auch noch eliminieren können, dann sind wir natürlich in der Königsliga angelangt, denn dieses Piniongetriebe, das wurde mal entwickelt von ehemaligen Porsche-Mitarbeitern, das sitzt hier vorne im Tretlager. Ist so eine Art Rohloff, also ein Planetengetriebe, was wir da haben mit verschiedenen Stufen und verschiedenen Untersetzungen und hat bis zu 18 Gänger. Das gibt es in der 9-Gang-Version, das gibt es in der 12-Gang-Version. Beim E-Bike hier in unserer Region würde ich mal sagen, reicht die 9-Gang-Variante. Ist es ein bisschen hügeliger, dann greift eher zur 12-Gang-Variante. Die 18-Gang-Variante, die kommt im E-Bike selten zum Einsatz, die wird da eigentlich nicht benötigt, wird aber wahrscheinlich auch einen Hersteller geben, der das hat. Also hier im ST3 Pinion, das ist ein Rad, das wird jetzt in 2022 erscheinen, so im April wahrscheinlich, Mai, je nach Corona-Situation, haben wir schon vorbestellt. Die erste Sonderdition wird in mattrot kommen, sehr, sehr schickes Rad, das kann ich euch schon mal versprechen. Dieses Piniongetriebe wird auch geschaltet wie ein Rohrloff, also wir haben hier oben diesen Drehgriffschalter, mit dem wir jetzt diese Gänge auch im Stand komplett durchschalten können. Wartung entfällt, bis auf einen kleinen Haken, einmal im Jahr 60 Milliliter Öl wechseln, das machen wir in der Werkstatt, dauert 5 Minuten, Öl raus, Öl rein, fertig. Ansonsten muss ich an diesem System nichts machen. Das Strom ist ja auf Kraft ausgelegt, also auf Power, ist ja wie immer eine 45 kmh Variante. Und da ist schon ganz gut, wenn wir hier bei so einem Rad, was ja dann durch diese Details, die das Rad hat, wirklich viel von Pendlern eingesetzt wird, natürlich auch sehr pflegeleicht ist. Und der Pendler, der jetzt auch draußen in der Nässe fährt, vielleicht im Herbst, vielleicht im Winter fährt, wird, dass der einfach so wenig wie möglich da dran etwas machen muss. An dem Rad ist jetzt wirklich alles gekappt. Haltwerk oder die Schaltung sitzt im Rahmen noch als außenliegendes Teil, den Gates-Riemen. Und das ist für den Pendler das Verkaufsargument schlechthin. Hier muss ich kaum noch was machen. Ab und zu mal einmal Wasser nehmen, mit dem Schwamm alles schön sauber halten, den Riemen ein bisschen pflegen, schauen, dass er nicht geknickt und gebogen wird. Und das war es dann aber auch schon gewesen. Also das Pinion an sich, eine tolle, tolle Lösung, kommt immer mehr in Rädern. Zum Einsatz, über den Preis müssen wir natürlich hierbei sprechen. So ein Pinionrad erhöht sich durch die Pinionschaltung um 1.000 Euro. Ja, also dann geht es meistens hier in dieser Klasse bei so einem Stromer eher um die 8.000 Euro Klasse. Allerdings dann auch mit anderen Vollausstattungen wie Touchscreen, GSM, GPS und, und, und. Das können wir da, oder haben wir da alles schon mit drin. Aber klar ist, so wie eine Rohloff auch, die geht auch so ab 1.000 Euro aufpreislos, ist das jetzt nichts für ein 3.000 Euro Rad. Wenn es euch gefallen hat, schaut gern demnächst wieder rein, abonniert den Channel, bis demnächst.